Ich glaube, mein Deutsch ist gut, aber nicht super. Ich kann es immer, immer, immer besser machen. Ja, ich spiele sicher. Ich spreche immer mit den Spielern auf dem Platz auf dem Platz, aber manchmal Englisch, manchmal nicht so viel. Aber auf dem Platz, ja, sicher mit Deutsch. Ich sage alles. Ich kann alles sagen. Wenn die Spieler mich brauchen, kann ich viele Dinge sagen. Was ist die Sprache? Und mit Deutsch und in Österreich ist es nicht das gleiche. Das ist nicht so ähnlich. Ja, in Österreich sprechen sie so schnell. Und in Deutschland ist es mehr ruhig. Es ist mehr ruhig. Du verstehst es besser. Aber wenn ich mit einem österreichischen Mann spreche, spricht er manchmal so schnell von mir. Ich war ein bisschen Salzburg, aber nicht so viel. Für mich war das eine Stadt in Österreich. Aber ich weiß nicht, was diese Stadt wirklich ist. Was ist glücklich für mich? Aber jetzt kann ich mehr Deutsch sprechen. Mit allen. anderen. Ich bin nicht perfekt. Ich bin gut. Ich spreche Deutsch. Aber das ist so glücklich für mich. Und ich spreche auf dem Platz mit den Spielern. Das ist auch gut. Und wenn du mit den Fans sprechen kannst, ist das auch gut. Du kannst ein bisschen diskutieren mit den Fans und den Spielern auf dem Platz. Das ist auch gut für mich. Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich liebe Fußball. Ich liebe Fußball so viel. Wir haben beide Spiele gewonnen. Gewonnen? Oder qualifiziert. Qualifiziert. Ja, ich gehe nach Paris und schaue meine Familie mit meiner Familie. Und nicht mehr. Die Saison war für mich. Für mich ist es eine gute Saison. Das ist nicht fertig. Das ist halb. Und für meine Partie ist es gut. Es ist nicht so schlecht. Ich war für mich. Ich war vor zwei Monaten verletzt. Das war gut. Aber wenn ich verletzt war, war ich ein bisschen ... ... eine gute Früh, oder? Es war nur ein schlechtes Gefühl. Es war ein schlechtes Gefühl. Und ja, das war die halbe Saison. Und was wir zusammen machen, ist wirklich gut. Und du bist ein Spieler mit ... ... ... ... ... ... ... ... ... Das Spiel gegen Sevilla und das Rest des Spiels war die Qualifikation. Alle Spieler und alle Personen waren so... Was ich will, ist ein gutes Spiel gegen Bayern. Wir brauchen ein gutes Spiel gegen Bayern. Wir wollen, dass du am Ende der Saison bist. Die Aufgabe ist, dass du am Ende der Saison bist. Das ist so schwierig. Ich habe mein Bestes gegeben, dass es einfach bleibt. Das hast du gut gemacht. Gut gemacht? Wirklich? 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 Wirklich?